Wie kann ich sicherstellen, dass die Rechnungsnummer auf der ersten Seite automatisch in der Kopfzeile der Folgeseiten erscheint? Und zwar so, dass niemand den Automatismus versehentlich zerstört, weil er beispielsweise eine Textmarke gelöscht hat? Möglich machen es miteinander verknüpfte Inhaltssteuerelemente mit Löschschutz. Inhaltssteuerelemente verknüpfen? Das ist in Word 2013 jetzt ganz leicht und benötigt im Gegensatz zu Word 2010 oder 2007 auch kein Zusatzprogramm mehr. Angenommen, ich möchte Inhaltssteuerelemente für die Rechnungsnummer und das Rechnungsdatum miteinander koppeln. Hierzu lege ich mir zuerst mit dem Windows-Editor eine Textdatei an, in der ich ein paar einfache XML-Kommandos eintrage. Wenn ich mich an den hier gezeigten Aufbau halte, benötige ich auch keinerlei XML-Kenntnisse. In der ersten Zeile platziere ich den Hinweis, dass es sich bei der Datei um eine gültige XML-Datei handelt. Die zweite Zeile beginnt mit dem Hauptknoten Rechnung, gefolgt von einer Namespace-Definition. Die Namespace-Definition ist zwar nicht zwingend notwendig, erleichtert aber nachher die Auswahl der richtigen XML-Zuordnung innerhalb von Word. In Zeile 3 und 4 folgen nun die Knoten, in denen später Word die Daten aus den Inhaltssteuerelementen ablegt. Und zum Schluss schließe ich noch den Hauptknoten ordentlich mit Spitzeklammer slash Rechnungen, Spitzeklammer ab. Achtung, bei XML immer auf die korrekte Groß- und Kleinschreibung achten. Das war's auch schon. Die Textdatei speichere ich unter dem Namen hanner-xml-zuordnung.txt ab. Weiter geht es in Word 2013. Nachdem ich mein Rechnungsformular geladen habe, schalte ich zuerst in den Word Optionen die Anzeige der Registerkarte Entwicklertools ein. Jetzt wechsle ich auf die Registerkarte Entwicklertools und öffne mit einem Klick auf die Schaltfläche XML-Zuordnungsbereich den Aufgabenbereich XML-Zuordnung. Hier wähle ich im Dropdown-Listenfeld Benutzerdefinierte XML-Komponente den Eintrag Neue Komponente hinzufügen aus. Nachdem ich meine Textdatei mit den XML-Kommandos eingefügt habe, wähle ich im Dropdown-Listenfeld Benutzerdefinierte XML-Komponente die neue XML-Zuordnung aus. Dank der Namespace-Definition ist sie auf Anhieb in der Liste zu finden. Word zeigt mir nun die zuvor in der Textdatei angelegten Knoten als eigenständige Einträge an. Nachdem ich den Cursor in meinem Rechnungsformular an der Stelle platziert habe, an der die Rechnungsnummer eingefügt werden soll, klicke ich im Aufgabenbereich mit der rechten Maustaste auf den Eintrag Rechnungsnummer und wähle im Kontextmenü den Befehl Inhaltssteuerelement einfügen und anschließend nur Text. Weiter geht es mit dem Datum. Hier wähle ich ebenfalls zuerst Inhaltssteuerelement einfügen und anschließend Datumsauswahl. Das Ganze wiederhole ich nun in der Kopfzeile, die ab der zweiten Seite zum Einsatz kommt. Zuerst wird das Nur-Text Inhaltssteuerelement mit der Rechnungsnummer und anschließend das Inhaltssteuerelement mit dem Rechnungsdatum eingefügt. Ab sofort ist die Dokumentvorlage einsatzbereit. Sobald ich auf der ersten Seite etwas eintrage oder ein Datum auswähle, werden die Daten in die Kopfzeile der zweiten Seite automatisch übernommen. Das war's, viel Spaß und bis zum nächsten Mal, Markus Harner. Zum Schluss noch ein kleiner Tipp. Damit beim Ausfüllen der Inhaltssteuerelemente auf der ersten Seite die Inhaltssteuerelemente mit der Nummer und dem Datum nicht versehentlich gelöscht werden, schalte ich über die Inhaltssteuerelementeigenschaften sowohl bei der Rechnungsnummer als auch beim Rechnungsdatum das Kontrollkästchen Das Inhaltssteuerelement kann nicht gelöscht werden ein. Denn jetzt kann zwar der Inhalt in den Inhaltssteuerelementen, aber nicht mehr das Inhaltssteuerelement selbst entfernt werden. Wie sich mit Inhaltssteuerelementen weiter zaubern lässt, habe ich übrigens zusammen mit Lisa Welketissen im Buch das Ideenbuch für schlaue Vorlagen und Formulare beschrieben. Viel Spaß beim Schmökern!